und da ist sie wer seid ihr und was wollt ihr nehmen wir mal das mit dem Monster natürlich war das nicht ernst gemeint ich habe mich nur noch aus Spaß gesagt aber ihr mit eurer Barbarmentalität musstet meine Worte natürlich missverstehen sicher meine Damen wir gehen jetzt lebt einfaches Volk ich wünsche euch viel Glück auf euren Reisen ihr werdet es gut gebrauchen können ok jetzt ist sie verschwunden achso ich habe vergessen ein Quicksafe nach den Skeletten zu machen Mist jetzt tauchen sie natürlich nicht mehr auf die Skelette na gut es wären nur ein paar Erfahrungspunkte gewesen aber ja das lasse ich eigentlich nicht auf mir sitzen mit dem mit der Bedrohung mit der Drohung dass sie uns jagen möchte mit der Drohung mit dem Äh... Wir werden nirgendwo hingehen. Wir haben ebenso gut recht, hier zu sein wie ihr. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Nehmen wir mal das Erste. Ja. Das mit dem Jagd auf Menschen. Ihr seid sehr streitlos, ich kleines Freund. Ich glaube, ihr werdet eure Worte bald bereuen. Mhm. So, sie kommt alleine tatsächlich. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? So, hat sie was Schickes dabei. Oh, ein Langschwert und ein Lederwams. Ein, den ich so gar nicht identifizieren kann. Das ist ein Langschwert plus eins. Also etwas, was verkauft werden kann. Dann Nera. Tepers beschlagener Lederwams. Mhm. Okay, wer des Kampfes können wir keinen Ostern anziehen. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Aber ja. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Ich habe keinen Bock zu helfen. In Ordnung. Du hast sogar das Geist. Ja. Er schwinde. Aha. Wie kann ich helfen? Ich brauche ein Bier in Ordnung. So. Worum ihr braucht nur zu fragen. Die beiden sind ziemlich schnell gefallen. Gute Pfeile. Geld. Noch zwei Rüstungen. Pfeile plus eins. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Gut, jetzt haben wir uns um die gekümmert. Die Pfeifen. Ja, wir sind immer noch im Wolkengipfelgebirge. Jetzt geht es nur noch, Ruffy zu finden. Und da ist er auch schon. So, wir gehen noch hier über die Gebietskarte. Äh, über den Fluss. War schon gedanklich einsatzweit. Ich wollte sagen, wir gehen hier über den Fluss. Gucken uns hier noch um. Gehen zurück zum, äh, vermeintlichen Jungen. So, mehr Winterwurst-Pelze. Wo, wie ihr wünscht. So, decken wir das Witzelchen da auch noch auf, wenn wir können. Dann müssen wir wieder da gehen, ganz den Weg nach oben. Eine Heilung für Nera wäre nicht schlecht. Geht, gebt mir Kraft. Bitte, Moritz. Wie geht es? Oh, Gegner. Fressbrennenden. Oder vielleicht Trostigen Tod. Fressbrennenden. Oder vielleicht Trostigen Tod. Fressbrennenden. Das wird kein schneller. Oder vielleicht Trostigen Tod. So. Gut. mein kleiner schnucki putze mein kleiner wuschiger waffi oder rufi du 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 kleiner frecher ausreißt 1000 mal danke ich werde dieses kleine hündchen ist wohl besser nach hause bringen hier das ist eines seiner sachen zum kauen aber wo wir hingeben gibt es noch mehr davon nochmals vielen dank es ist zeit sich auf den heimweg zu machen besser gefallen ist diese kalten breiten ja das hat uns wenigstens einen schwarzen opal gebracht und eine sehr verstörende sie haben ein neun neues modell für ihn eingebaut woher war das glaube ich entweder ein ogre oder ein hobgoblin die sie genommen hatten aber ja ich rettete den kleinen waffi brachte in dem jungen zurück ich möchte überhaupt nicht wissen wo sie gegangen sind wenn ich glück habe finde ich es nie heraus ja was haben wir eigentlich noch so hier die stiefel die halb organal bergust gurkis umhang von den taslui und bill basilos das haben wir erledigt okay dann zurück nach naschke wir müssen munition für näher kaufen ihr braucht nur zu fragen was hat auch so die sache ist ist dass wir quests nicht so leicht auslassen können weil sie ja doch erfahrungs zu bringen so kaufen wir hier mal ich werde mich in hand umdrehen verkaufen die geschäfte laufen schlecht kein wunder bei der eisen ach ja erst mal witter wolfspilze meine preise sind die besten südlich von tiefwasser hatten wir nur zwei ich hätte schwirren können wir haben drei gehabt oder war das eine vor dem speichern so die sachen verkaufen wo feile sind nichts wert auch gut jeder rüstung schienenpanzer langschwert wir können das autogramm verkaufen so jetzt brauchen wir für dich munition 18 die halt wir sind einsteck das heißt wir brauchen 24 ja so da wir mit dem schrott nichts anfangen können kannst du es gerade behalten wie kann ich helfen ich werde mich im handumdrehen darum kümmern ich werde mich im handumdrehen darum kümmern gut damit sind wir hier in dem bereich fertig das heißt wir gehen als nächstes dahin dann da oben hin dann werden wir die enklave besuchen dann sehen wir weiter feinde haben ihnen aufgelauert sie müssen sich verteidigen schad hier steht tatsächlich hier rum ich fühle mich so sinnlich so du heil man du heil auch mal ich hätte gedacht dass schattel immer auf dieser map stehen bleiben wird das ist jetzt ein witz stärke trank stärke für 20 minuten das ist jetzt